Werder Wahnsinn beim BVB, Burkes Tor dreht ihre Partie in Dortmund. Das Spiel schien längst verloren, 0 zu 2 hinten bei Borussia Dortmund, aber der SV Werder Bremen hatte am Samstagnachmittag noch Antworten parat und was für welche. Die Einwechselspieler Lee Buchanan, 89, Niklas Schmidt, 90, plus 3 und Oliver Burke, 90, plus 5, stellten mit ihren Toren den Signal Iduna Park auf den Kopf und bescherten der Mannschaft von Cheftrainer Ole Werner damit den ersten Sieg der Bundesliga-Saison. Und unverdient war der nicht, schließlich waren die Gäste über weite Strecken die bessere Mannschaft des Nachmittags gewesen. Zahlreiche Fans beider Lager hatten die Partie übrigens erst mit Verspätung oder gar nicht besuchen können, weil der Dortmunder Hauptbahnhof wegen eines Stellwerkschadens am Samstagmorgen voll gesperrt worden war. Werder Bremen gewinnt ihre Partie bei Borussia Dortmund nach 0 zu 2 Rückstand noch mit 3 zu 2. Im Vergleich zum 2 zu 2 gegen den VfB Stuttgart hatte Werner nur eine Änderung an seiner Startformation vorgenommen. Christian Groß kehrte nach auskuriertem Infekt ins Team zurück und ersetzte Ilya Gruff auf der Sechserposition. Die Marschroute von Werder Bremen vor dem Spiel beim BVB hatte Werner kurz vor dem Anstoß so erklärt, wir wollen wieder eine gewisse Aggressivität im hohen Anlaufen zeigen und müssen uns, wenn wir mal überspielt werden, gegenseitig helfen. Genau das setzten die Gäste während des ersten Durchgangs dann über weite Strecken beeindruckend um, ehe es kurz vor dem Pausenpfiff doch noch die kalte Dusche durch Borussia Dortmund geben sollte. Vielen Dank. Vielen Dank.